Meine Name ist Mary Bleeds und ich bin aus Texas. Was hast du denn da? Für mein Talent habe ich vier Jahre trainiert. Ich übe jeden Tag ein paar Stunden lang. Hast du eine Ahnung? Gar nicht. Ich bin sicher, dass Bruce Angst bekommen wird. Er wird sehr große Angst haben. Ich werde euch etwas zeigen, das man definitiv noch nie vorher in Deutschland gesehen hat. Mal abwarten, was passiert. Bitte begrüßt Tegla, die Vogelspinne. Tegla ist eine Vogelspinne und ihr Traum ist es, eine weltbekannte Musikerin zu werden. Und da komme ich ins Spiel. Ich werde ihr dabei helfen, dass sie ein Instrument spielen kann. Ich weiß nur nicht, ob ich fertig bin, ehrlich gesagt. Was macht die denn jetzt? Ich weiß nicht. 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 Das war's für heute. Gut gemacht. Möchtet ihr Hallo sagen? Was? Komm, Lisa, sag doch mal Hallo. Alter, ich find's sprachlos. Ist es nicht gefährlich? Kann sie dich nicht beißen? Sie kann, aber das wird sie nicht. Wir sind Freunde. Sie hat dich in der Vergangenheit noch nie gebissen? Nein, noch nie. Sie fürchten mich nicht und ich fürchte sie nicht. Besonders der Moment, als sie aus deinem Mund krabbelte. Was ist dein Name und woher kommst du? Ich bin Mary Bleitz und ich bin aus Houston, Texas. Okay. But this Trenchler, it doesn't bite or anything. I mean, I'm really... Möchtest du sie kennenlernen? Ja, das möchte ich. Soll sie zu dir kommen? Möchtest du sie? Komm, sag Hallo. Ja, beeil dich mal ein bisschen, dass sie zerschoßt vorbei jetzt. Sie will ein High Five. Du bist sicher, dass sie nicht beißt? Ich bin optimistisch. Ich halte meine Hand hin. Möchtest du sie halten? Bitte. Okay, ich werde sie über deine Hände laufen lassen. Los, klatsch mal. Sie mag es, wenn man ihr den Bauch streichelt. Kannst du mir nochmal die Sache mit dem Mund zeigen? Okay. Das ist unfassbar. Und jetzt schlucken. Oh, das... Oh. Das ist unfassbar. Und jetzt schlucken. Das ist unfassbar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bin行 address. Merde. Bis zum nächsten Mal. Let's hoch.